Jo und herzlich willkommen zurück zu einem neuen Genshin Impact Video. Heute wieder mit einer neuen versteckten Errungenschaft und zwar müsst ihr bei Noelle unter ritterliche Ausbildung hierhin die alleskönnende Markt und ihre unmögliche Aufgabe springen. Dann müsst ihr euch einfach nur durchskippen und danach kann man ihre Lernnotizen lesen und wenn man sie liest, kriegt man dafür die Errungenschaft. Also quasi ein kleines bisschen Easter Egg sozusagen und genau, das müssen sie jetzt erstmal durchskippen. Okay. Und Noelles Übungsnotizen. Nimm dir Zeit für Zweisamkeit, schenk ihnen einen selbstgebacken Kuchen. Worte des Zuspruchs und der Weisheit, Worte des Zuspruchs und der Weisheit sind hier in einer liebevollen Oh No. Ein Teil des Textes wurde wahllos durchgestrichen, weil wohl die Gefühle des Businesses plötzlich hochkochten. Bam. Und das war's. Ziemlich simpel, ziemlich einfach, ziemlich schnell und ziemlich versteckt. Eine Welt, die nur den Rosen bekannt ist, liest Noelles Übungsnotizen für 5 Urgesteine und eine weitere Errungenschaft unter Erinnerungen des Herzens. Damit hoffe ich, dass ich euch weiterhelfen konnte. Ich sage danke euch vielmals, fürs Zuschauen, würde mich selber ein Like, Kommentar, ein Abo von euch freuen und wir sehen uns im nächsten Genshin Impact Video wieder. Bis dahin, haut rein und ciao, ciao.